Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein neues Top 5 Video für euch und zwar stelle ich euch meine Top 5 liebsten MAC Lippenstifte vor. Wenn ihr schon länger meinen Kanal verfolgt, dann wisst ihr, dass MAC eine meiner Lieblingsmarken ist, vor allem wenn es um Lippenstifte geht, weil die wirklich super lang haltbar sind, dann auch so eine mega coole Farbauswahl haben. Also und ich weiß gar nicht, wie viele Lippenstifte die haben, aber auf jeden Fall besitze ich ganz viele, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt. Ich zeige euch aber auf jeden Fall meine Top 5 Lippenstifte aus dem Standardsortiment. Das heißt, ihr könnt sie alle noch haben, also das ist keine Limited Edition oder so. Die verlinke ich euch auch alle unten in der Infobox. Und ja, ich würde mal sagen, ich fange auch schon direkt mit der ersten Farbe an. Und zwar ist es ein sehr, sehr schönes Nude, welches ich auch auf den Lippen trage. Die Farbe heißt Velvet Teddy, ist in einem matten Finish. Und ich glaube, alle, die MAC Lippenstifte suchten, haben diese Farbe auf jeden Fall in ihrer Sammlung, weil es wirklich ein sehr schöner Nude-Tone ist. Ich finde, das ist die perfekte Alltagsfarbe für mich. Aber diese Farbe könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie auch jeder tragen kann, also jeder Hauttyp. Ich habe sie mit dem Lip Liner, Moment, Strip Down auch von MAC aufgetragen. Der ist ein wenig dunkler. Ich finde aber, es ist ganz schön, wenn man ein bisschen dunklere Umrandung hat und dann einen etwas helleren Ton als Sim-Stift aufgibt. Das Ergebnis, also die zwei in der Kombi schauen wirklich sehr, sehr toll aus. Trage ich wirklich oft, wie man auch erkennen kann. Das ist übrigens auch mein dritter Lippenstift und der ist auch wieder fast alle. Dann mache ich auch schon weiter mit dem nächsten Nude-farbenen Lippenstift, ein etwas dunklerer. Den habe ich auch schon drauf. Das ist der Lippenstift in der Farbe Taube. Und der ist auch in dem matten Finish, wie Velvet Teddy. Allerdings ist er auf jeden Fall viel dunkler, wie ihr erkennen könnt. So ein Schokobraun ist das, aber nicht ganz so dunkel und auch eine sehr, sehr schöne Alltagsfarbe. Vor allem kann ich mir gut vorstellen, wenn ihr ein bisschen dunkler seid, dass sie wirklich sehr, sehr gut ausschaut. Also Velvet Teddy und Taube trage ich wirklich im Alltag rauf und runter. Ich liebe diese Farben. Also wenn ihr nicht so ein helles Nude haben wollt, wie Velvet Teddy, dann ist Taube auf jeden Fall die perfekte Farbe für euch, wie gesagt, für den Alltag. Ich trage halt eher gerne im Alltag Nude-Farben, die halt auch ins Bräunliche gehen und nicht eher ins Rosé-Farbene, weil ich einfach finde, dass es zu meinem Hauttypen besser passt. Auch ein sehr schöner Alltagston ist die Farbe Meer, auch in dem matten Finish natürlich. Die habe ich auch gerade auf den Lippen und das ist wirklich ein so schönes Altrosa. Also genau perfekt, auch wie gesagt, für den Alltag. Ja, im Frühling kann man auf jeden Fall ruhig ein bisschen mehr Rosa tragen. Und das ist halt nicht so ein Pink oder so ein Babyrosa, sondern so ein schönes Altrosa, was auch, wie ich finde, eher zu mir passt. Ich habe dazu den Lip Liner Dervish aufgetragen, auch von MAC. Den habe ich zusammen mit dem Lippenstift gekauft. Und ja, dieser Lippenstift gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingen. Also wenn ihr im Alltag lieber rosé-farbene Lippenstifte tragen wollt, die aber, wie gesagt, auch alltagstauglich sind, dann ist der Lippenstift Meer wirklich perfekt dafür. Auch ein sehr, sehr schöner Rosaton diesmal ist die Farbe Pink Plate. Das ist übrigens auch mein allererster Lippenstift von MAC gewesen. Den habe ich immer noch, einfach weil ich die Farbe nicht im Alltag tragen kann. Aber wenn ihr so ein schönes Frühlingsoutfit anhabt oder auch ein weißes Oberteil mit einer Jeans zum Beispiel, da liebe ich es dann halt eher, wenn mein Outfit schlichter ist, mit Lippenstift rumzuspielen bzw. mit Make-up. Es ist auf jeden Fall ein eher Babyrosa, würde ich sagen. Aber ich finde, für meinen Hautton geht es gerade noch. Also einen Ton heller würde ich auf jeden Fall nicht tragen können. Aber Pink Plate ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Farbe, die ich super gerne im Frühling und im Sommer trage und nicht etwas frischer ausschauen will. Dieser Lippenstift ist übrigens auch im matten Finish, wie fast alle meine MAC-Lippenstifte auch. Die halten halt einfach viel, viel länger, wenn sie matt sind. Und ja, Pink Plate, damit verbinde ich wirklich sehr viel. Wie gesagt, mein erster Lippenstift und den trage ich immer noch sehr, sehr gern. Gehört auf jeden Fall zu meinen Top 5 Lippenstiften von MAC. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Und zwar, wenn ihr einen perfekten roten Lippenstift sucht, dann ist der Ruby Woo von MAC, auch im matten Finish, wirklich der allerbeste. Und der hat auf jeden Fall einen blauen Unterton. Das heißt, die Zähne wirken dadurch ein bisschen heller. Es ist einfach der schönste rote Ton oder rote Lippenstift, den ich überhaupt, ja, verwendet habe. Und wie gesagt, matt, der hält so lange. Ihr könnt trinken, essen, natürlich gibt der Farbe ab, aber der hält wirklich sehr, sehr lange. Und das ist bei einem roten Lippenstift sehr wichtig. Und der verrutscht halt nicht, wie alle anderen Lippenstifte auch. Wie gesagt, weil die einen matten Finish haben oder sind dann am Ende nicht auf den Zähnen. Das passiert ja auch immer ganz oft, vor allem bei roten Lippenstiften. Das ist meistens ein bisschen peinlich, wenn euch niemand dann darauf hinweist. Ich habe den Lip Liner von P2 verwendet, in der Farbe 141 Vulcano. Und ja, das ist auf jeden Fall der perfekte rote Lippenstift. Und ja, ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Wie all meine anderen Lippenstifte auch von MAC. Aber wie gesagt, das sind meine Top 5 Lippenstifte, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann und ans Herz legen kann. Ihr könnt mir ja sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, welcher euer Lieblings-MAC-Lippenstift ist. Vielleicht habe ich den ja auch noch nicht. Und ich habe auf jeden Fall vor, demnächst wieder zum MAC zu gehen. Deswegen schreibt mir gerne eure Empfehlungen rein. Und dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal einschalten würdet. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, vergesst nicht unten in die Kommentare zu schreiben, welcher euer Lieblings-Lippenstift ist. Schreibt mir auch sehr gerne, welche Top 5 Produkte ich als nächstes drehen soll oder welches Thema es sein soll. Dann mache ich das natürlich sehr gerne. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich das nächste Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe auch bis zum nächsten Mal. Tschüss!